Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Ingo Stadler. Ich bin Professor an der Technischen Hochschule Köln und lehre und forsche im Bereich der erneuerbaren Energiesysteme. In der Ausbildung unserer Studierenden legen wir viel Wert darauf, ihnen nicht nur Wissen zu vermitteln, sondern ihnen Kompetenzen und auch praktische Erfahrungen mit auf den Weg zu geben. Mit einer zeitgemäße und zukunftsorientierter Ausbildung setzen wir auf modernste, gut ausgestattete Labore und eine intensive Betreuung unserer Studierenden. In meinen Forschungsarbeiten befasse ich mich mit den aktuellen Fragestellungen und Herausforderungen der Energiewende. Meine Kollegen und ich sind dabei ständig auf der Suche nach cleveren Lösungen, die die Umsetzung der Energiewende ein Stück mehr Realität werden lassen. Hierzu zählen insbesondere Fragen der Energiespeicherung und die Kopplung der Sektoren für Strom, Wärme, Gas und Mobilität. Gerade in unserem Fachbereich und im Hinblick auf die Energiewende beäugen wir stets auch aktuellste politische Entwicklungen, bewerten diese aus wissenschaftlicher Perspektive und scheuen uns nicht, hier kritisch Stellung zu beziehen. Ein ganz besonderes Projekt ist jedoch dieses. Auf diesem YouTube-Kanal bereite ich die eben genannten Themen im Bereich Lehre, Forschung und Politik in Vorträgen und Präsentationen auf und zeige interessante Einblicke in die Welt der erneuerbaren Energien. Um meine Videos zu verfolgen, muss man kein Experte sein, denn die Inhalte auf diesem Kanal sind für eine breite Zielgruppe aufbereitet. Abonnieren Sie mich, wenn ich auch Ihr Interesse für die Energiewende wecken konnte.